Bevor das eigentliche Video beginnt, eine Frage. Was machen diese NATO-Offiziere in diesem Hotel in der Ukraine? Sicher keinen Urlaub, oder? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. In den letzten Stunden haben wir erneut miterlebt, wie die ukrainische Armee eine weitere schwere Niederlage erleiden musste. General Alexander Syrski, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, erhielt schlechte Nachrichten direkt von Kriegsberichterstattern auf beiden Seiten der Front. Am 20. Oktober 2024, um drei Uhr nachmittags Moskauer Zeit, drangen russische Truppen von Osten her in die strategisch wichtige Stadt Selidovo ein. Es wird berichtet, dass es den russischen Truppen gelungen ist, sich im östlichen Teil von Selidovo festzusetzen und die Stadt von Nordosten und Südosten aus allmählich einzukesseln. Es ist nicht das erste Mal, dass die ukrainischen Telegram-Kanäle, die von Kommandeuren der ukrainischen Armee betrieben werden, dieselben Informationen bestätigen mussten. Selbst der ukrainische Offizier mit dem Rufnamen Mnoi berichtete, dass russische Angriffsgruppen bereits mehrere Straßen in den privaten Siedlungsgebieten von Sadovo eingenommen haben. Trotz dieser klaren militärischen Rückschläge behauptet die ukrainische Führung nach wie vor, die Lage sei unter Kontrolle. Sie betonen, dass die Hauptverteidigungslinie im Bereich der mehrstöckigen Gebäude verlaufe und deshalb die Situation nicht so dramatisch sei, wie es scheint. Aber seien wir ehrlich, das ist doch nichts weiter als die übliche Propaganda, die wir ständig von der ukrainischen Führung hören. Was wirklich auf dem Schlachtfeld geschieht, lässt sich kaum vertuschen. Russische Kampfjets und Artillerie arbeiten rund um die Uhr und schlagen kontinuierlich auf die Positionen der ukrainischen Truppen ein, selbst mitten in der Nacht. Die russische Armee bereitet offensichtlich einen massiven Angriff vor, der die ukrainischen Verteidigungslinien endgültig brechen soll. Russische Sabotage- und Aufklärungseinheiten sind bereits in den zentralen, nördlichen und südlichen Teilen der Stadt aktiv. Und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die russische Offensive voll ins Rollen kommt. Westliche Militärexperten haben ebenfalls ihre Einschätzungen abgegeben und gehen davon aus, dass die ukrainische Armee kaum in der Lage sein wird, den russischen Truppen in Sadovo ernsthaften Widerstand zu leisten. Sie vermuten, dass die ukrainischen Truppen die Stadt verlassen werden, sobald sie sich vollständig eingekesselt fühlen. Diesen Rückzug haben wir in den letzten Monaten immer wieder beobachtet. Die ukrainischen Streitkräfte werfen verzweifelt ihre Reserven in den Kampf, nur um am Ende gezwungen zu sein, sich zurückzuziehen und noch mehr Verluste hinzunehmen. Das russische Verteidigungsministerium hat auch die Befreiung des Dorfes Zorano, nordöstlich von Kakar, offiziell bestätigt. Dies ist ein weiterer herber Rückschlag für den ukrainischen Generalstab, der am 20. Oktober 2024 auch in der Region Pockefont eine vernichtende Niederlage hinnehmen musste. Ein ganzer Zug der ukrainischen Armee sowie drei Bradley-Schützenpanzer wurden zerstört, als die Ukraine versuchte, die russischen Stellungen im Dorf Sukaro anzugreifen. Dabei war von Anfang an nichts gelaufen wie geplant. Einer der Bradley-Schützenpanzer fuhr auf eine Mine, ein zweiter blieb im Schlamm stecken und der dritte versuchte vergeblich, das festgefahrene Fahrzeug zu bergen. Am Ende mussten die ukrainischen Soldaten ihre Fahrzeuge selbst zerstören, um zu verhindern, dass sie in russische Hände fallen. Dieses Fiasko ist symptomatisch für die ukrainische Kriegsführung, die zunehmend chaotisch und schlecht organisiert erscheint. Die Entscheidung, diesen Angriff zu starten, hat die Ukraine teuer zu stehen gebracht. 60 Soldaten und drei Schützenpanzer gingen in diesem gescheiterten Versuch verloren. Währenddessen verschlechtert sich die Lage der ukrainischen Armee auch in anderen Regionen dramatisch. In der Region KSK hat die ukrainische Armee in den letzten 24 Stunden eine weitere verheerende Niederlage hinnehmen müssen. Russische Telegram-Kanäle berichten, dass die ukrainischen Nationalisten im Bezirk Kineski vollständig neutralisiert wurden. Ein weiterer wichtiger strategischer Punkt, der in den Händen der Russen gefallen ist. Gleichzeitig hat sich im Bezirk Kororvi ein Kessel gebildet, in dem die verbliebenen ukrainischen Einheiten eingeschlossen sind. Russische Truppen stehen kurz davor, den sogenannten Flaschenhals zu schließen, was die ukrainischen Truppen in dieser Region endgültig spalten würde. Die ukrainische Führung versucht verzweifelt durch Gegenangriffe diese Entwicklung zu verhindern, doch die Verluste an Soldaten und Ausrüstung sind enorm. Allein in den letzten 24 Stunden hat die Ukraine über 420 Soldaten, fünf Artilleriegeschütze und zehn gepanzerte Fahrzeuge verloren. Diese katastrophalen Verluste sind kein Einzelfall. Seit dem 6. August hat die ukrainische Armee in der Region Koror über 25.000 Soldaten, siebenhunderte Pickups, 170 Panzer und fast 1000 gepanzerte Kampffahrzeuge verloren. Die Realität auf dem Schlachtfeld spricht für sich. Doch im Westen wird diese Realität weitgehend ignoriert oder schöngeredet. Während die Ukraine immer weiter an Boden verliert und ihre Streitkräfte aufgerieben werden, halten westliche Medien und Politiker an ihrer Erzählung fest, dass die Ukraine noch eine Chance hätte. Doch die Zahlen zeigen das Gegenteil. Die ukrainischen Reserven sind erschöpft und die russische Armee drängt sie immer weiter zurück. Am 20. Oktober 2024 starteten die russischen Streitkräfte einen weiteren massiven Raketenangriff auf ukrainisches Gebiet. Russland setzte Dutzende ballistische Raketen und Marschflugkörper ein, um die ukrainischen Luftabwehrsysteme zu lokalisieren und zu zerstören. In der Region Saporizia trafen russische ballistische Raketen ein großes Munitionslager, wobei etwa 30 ukrainische Soldaten getötet wurden. Gleichzeitig schlugen Kamikaze-Drohnen und gelenkte Bomben der Fab-Familie in der Region Tscherson ein und zerstörten mehrere Stützpunkte, die von ukrainischen Soldaten und ausländischen Söldnern genutzt wurden. Bei diesen Angriffen kamen etwa 50 ukrainische Soldaten und 20 Söldner ums Leben. Auch in den westlichen Regionen der Ukraine, wie Ivano-Frankivsk und Lviv, gab es zahlreiche Explosionen, deren genaue Auswirkungen bisher unklar sind. Ein besonders brisanter Angriff ereignete sich in der Region Dnipropetrovsk, wo eine russische Iskander-Rakete das Hotel Derba traf. Zu diesem Zeitpunkt waren britische und amerikanische Offiziere in diesem Hotel untergebracht, die an der Modernisierung eines mobilen taktischen Signalaufklärungssystems arbeiteten. Die lokalen Behörden haben die Ergebnisse dieses Angriffs verschwiegen, doch russische Quellen berichten, dass die Leichen von 20 ausländischen Offizieren aus den Trümmern geborgen wurden. Es wird immer offensichtlicher, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld unterlegen ist und die Unterstützung des Westens nicht ausreicht, um die Wende herbeizuführen. Der Westen hat riesige Mengen an Waffen, Ausrüstung und Geld in die Ukraine gepumpt. Doch all diese Ressourcen scheinen wenig Wirkung zu zeigen. Die russische Offensive schreitet unaufhaltsam voran und die ukrainische Armee wird zunehmend zerschlagen. Wie oft haben westliche Politiker versprochen, dass die Ukraine siegen würde? Doch die Realität ist eine andere. Die Ukraine verliert und der Westen ist nicht bereit, das einzugestehen. Russland hingegen zeigt keinerlei Anzeichen von Schwäche. Im Gegenteil, die russische Armee gewinnt Tag für Tag an Boden und zerstört systematisch die Verteidigungsanlagen der Ukraine. Die westlichen Sanktionen haben Russland nicht in die Knie gezwungen und die militärische Unterstützung für die Ukraine hat bisher keinen entscheidenden Einfluss auf das Schlachtfeld gehabt. Die Verluste der Ukraine sprechen für sich. Die Soldaten sind erschöpft, die Ausrüstung ist zerstört und die russische Armee steht kurz davor, weitere strategisch wichtige Gebiete zu erobern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ukraine gezwungen sein wird, noch mehr Territorium aufzugeben. Während der Westen weiterhin Illusionen hegt, bleibt die Realität auf dem Schlachtfeld brutal und unausweichlich. Die Verluste der Ukraine